es halt nicht ja brauchbar ja das stimmt ist aber auch diese übel ekelhafte gewitterluft nicht schön nein überhaupt nicht ich glaube ich baue mir jetzt ein bunker ein schutzbunker ich glaube die 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 höhle hier ist so mega groß dass wir dann vielleicht sogar noch mal zu zweit rein müssen schon was gigantisch gefunden was gigantisches meinte ich natürlich ja ich habe lava gehört da wo laura ist ist auch diamant nicht weit ja ich mir sagen lassen so türe wäre von vorteile ich habe jetzt natürlich keine tür hiermit sollte ich mal hallo scally auch mensch es klatscht aber hier und das kein beifall das ohne beifall das natürlich recht ich hätte fast mein fleisch vergessen hier von meinem schönen hühnchen was ich ja abgemurkst habe hier packen hier packen so schutzbunker ist auch drin das machen wir noch zwei fensterchen zack zack schön groß damit man auch alles schön von draußen beobachten kann so 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 und so da will ich auch noch mal fenster machen und wirklich von allen seiten beobachten kann so hast du auch kohle 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 ja gut mehr als nur kohle sehr gut wie bege weg du arsch und dann kann ich mich gleich im glas brennen damit wir hier ein dachlein mache ich jetzt auch eben fix na was machst du denn hier einmal dachlein machen achte scheiße was so viel kohle hier ja alles mit dem was alles was wir brauchen ich spiele heute mal minen arbeiter als wäre cool wenn man die mine finden würden ja das auf jeden fall das stresst mich hier dass die maus andauernd hängt hallo geht es noch so viel kohle bin bald nur voll mit kohle hier ja macht noch mehr kohle raus ist klar ich glaube ich muss mir hier bald wieder werkzeug machen das ist zwar nicht das schönste aber es ist ja auch nur ein bunker ja ja außerdem schönheit liegt immer im auge des betrachters richtig aber schön ist es wirklich nicht okay aber es ist ja auch nur damit wir uns hier halt in der nacht schützen können ich habe ein dungeon gefunden beziehungsweise nicht ein dungeon ein spawner ein zombie spawner so jetzt muss ich die mit der axt verkloppen oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott nicht alle auf einmal nicht alle ich muss mal kurz weg gehen da 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 maus jetzt nicht hängen lass mich jetzt nicht im stich lass mich jetzt nicht im stich ja die putze hat action ja aber vollgas hier äh maus komm schon ich habe mich schon gewundert warum es hier die ganze zeit rumkrölt so hier hell beleuchtet haben wir schon mal alles da haben wir auf jeden fall dann richtig schön moos stein das ist doch super so bunker ist fertig jetzt besorge ich uns noch eben ja zwei betten ach scheiße du bist gestorben ja ich bin gestorben nein ich bin ganz in die mühle rennt ja mit den ganzen ressourcen egal ich komme ich weiß wo das war ich komme wieder und mache euch fertig ach so ich habe nicht meine rüstung so ähm ich besorge uns mal eben kannst du kohle aus dem haus mitbringen ja ja äh kohle sonst noch was äh nur kohle nur kohle oder nee wolle 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 eine wolle das äh ne mal drei ja mach ich ja bring mal jetzt brauche ich wieder Eisen ach halte die Klappe ihr Blumenkatz ach hier brauche ich jetzt noch Eisen zum Brennen ach das regt mich jetzt ein bisschen auf ich hatte so viel dabei ja das ist so manchmal ist das ein bisschen pissig aber na gut so mhm die Ziegel packen wir mal hier rein mach mal die Tür zu hier ähm hast du Lust schlafen zu gehen? hihi äh ja aber ich bin hier grad ach so du hast kein Bett ne ne deswegen solltest du ja Wolle mitbringen ach ach weil ich euch nicht brauche so ich mach mir hier mal kurz Rüstung echt zack 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 n hab ich jetzt grad nicht hallo ah nein 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 ok dann Schuhe könnten ach scheiße das war ja jetzt sehr klug warum was heißt der Skammer hier sind drei Skelette und ähm ja die Fenster ist noch ein bisschen hoch sodass sie mich ah treffen was machst du hier verzieh dich verzieh dich raus 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 Äh, ich bin gerade hier ein bisschen unter Druck. Ich weiß nicht, wie man Schuhe macht. Egal. Ich mache mir jetzt erstmal einen schnellen Schwert. Und wieder eine... Ein Schwert, dass ich in die Höhe wieder rein kann. Aus dem Haus. Gut, bis ich Glas habe. Lassen wir das hier noch zu. Da hat er mir einfach schon... Ja, seid ihr. Bist sicher. Sticky, so. Echt? 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 So, schnell ein Schwert machen. So. Zack, zack. Zack, zack. Okay. Mal eins. Zwei. Dann machen wir... Ja. Das passt. So, dann packen wir das schnell in die Kiste. Wir warten auf der Butzi. So, dann ziehe ich mir mal schnell hier wenigstens die Hose an. Nachdem ich nicht weiß, wie man die Brustplatte macht. Ich Idiot. Komm mal schnell. Oh, Maus. Hängt doch nicht rum. Auf jeden Fall, dass ich sterbe, packe ich mal gerade alles da rein. Bis auf mein Schwert. Weil ich gehe jetzt auf Monsterjagd. Solange Butzi da ist. Muss ja auch... Ja, Nadine. Hohe Wegelchen. Muss ja interessanter bleiben. Auf jeden Fall, ja. Ich komme. Hallo. So, ich bin schon wieder auf dem Weg zu dir. Hier Zombies. Oh, ich sehe schon. Einer. Und Spinner. Hi. Yeah. So. Also. Ich gebe dir jetzt einmal hier Wolle. Nochmal Wolle. Und nochmal Wolle. Und Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Sehr gut. Hast du Holz, dass man uns da am Bett machen kann? Ja, habe ich alles da. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. So, schnell, schnell, schnell. Haha. Ich glaube, die Spinnen können hier durch, oder? Nein. Okay. Ich glaube nicht.